Ich bin an der Siegessäule, es ist 6 Uhr und wie man sieht, keine Autos. Die Polizei hat die Zugänge gesperrt, die Extension Rebellion und hier ist die Siegessäule. Bisschen Frühsport, die sind seit 4 Uhr hier, komplett alle. Die Zugänge sind blockiert. Überall sitzen Menschen. Es kommen immer mehr Menschen dazu. Das ist auch noch eine große Gruppe von Menschen und an den Zugängen zu dem großen Stern sitzen Menschen. Es gibt demnächst noch mehr Videos von mir, aber jetzt komme ich es mal an. Da hinten sitzen überall Menschen auf der anderen Seite, alle 5 Zugänge sind blockiert. Die Stimmung ist gut, es ist voll kalt, aber es regnet sich. Da ist nochmal die Siegessäule. Genau. 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 Genau.